...12,5, Jörg Norvins, der Tor aus Hamburg. Und das ist auch in Deutschland. Also, Jörg Norvins, Deutschland. 112,5 Kilogramm drin, der Versuch, 67 Jahre. Achtung! Stopp! Aufzieht euch da! Kommt, sieh da, ein, sieh da ein! Okay! Jawohl, super, Jörg Norvins, 3 Kugel, 2,12,5 Kilogramm drin, für den Mann von Norvins, die Küsselein. 125, bitte, auf die Ante, 125, für Framyschek, Esserer. Super!